Musik Kabecki! 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 Watter stark! Ja! 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 Holt die Führung in der Serie! Und die Skorp jetzt gewinnt den 6-5! Oh, Knaup! Knaup hat Platz! Knaup! Treffer! Victor Knaus! Macht das Victor! Oh nein! Ja! Patrick Schmidt setzt sich gut durch! Und macht den Treffer! Patrick Schmidt mit einem Fahrt ins Alleingang! 6-6! Das ist die Welt! Das ist die Welt! Das ist die Welt! Torte in die Reise! In die Reise! Sie ist das 7-6! Auf dem Bogen gewinnt er in den Zweikampf! In der Mitte Schmidt! Tore! 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 Dabd mit 8-6! Patrick Schmidt mit dem 8-6! Eine Minute 17! Eine Minute 17 vor Ende! Eirich! Und die drei, wir gehen auf Neidokulopayus! Und Eirich! Und die Hannover Skorpions hier mit 9-6 in Führung! Die letzten Sekunden laufen unter Herrn Spielchen Walati! Und die Hannover Scorpions sind Oberliga-Nordmeister 2021. Die ersten Hürden überwältigt, auch wenn's komisch war. Vor dem Fernseher zu Hause oft dem Tode nah. Das war nicht für schwache Nerven, deshalb lieb ich das. Und trotzdem habt ihr eindrucksvoll bewiesen, was ein Team ausmacht. Dieser Spirit, dieser Teamgeist, diese Leidenschaft. Niemals aufgegeben, auch wenn das nicht einfach war. Jeder kämpft für jeden, das ist, was man nie vergisst. Weil die Scorpions immer sowas wie Familie sind. Ein Auf und Ab und Trotzdem immer auf der Siegerstraße. Nie den Kopf hängen gelassen, trotz paar Niederlagen. Wir ziehen den Hut und ihr könnt stolz auf eure Leistung sein. Denn die Saison, die bleibt auch jetzt schon für die Ewigkeit. Also nochmal alles geben für das große Ziel. Nur noch drei Siege, kommt schon Jungs, da fehlt nicht viel. Maximal fünf Spiele, nur noch auf die Zähne beißen. Und für jeden Fight, nur um am Ende aufzusteigen. Denn ich hatte einen Traum und der war wundervoll. Ihr könnt Geschichte schreiben, denn ihr seid Wahnsinn, Boys. Mein Schei desiu-pisisch. Du bist mein Besuch, du bist mein Feuer. Benim kein Wort sampai sir. Ist doch die Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020